So, jetzt gibt es die Variante natürlich in drei Möglichkeiten. Einmal auf der Haare, unrasiert. Und ja, ich bin Sven Zinserling, komme aus Hanau. Habe schon ein paar Sachen gedreht, das sieht man ja an meiner Vita. Und ihr möchtet jetzt die Mimik laufend sich wundern und dann lachen. So habe ich das wahrscheinlich richtig verstanden. Also ich sehe einen verwunderten Jogger, einen Jogger. Ich denke, so in der Art wollt ihr es. Ich zeige euch jetzt noch die anderen Varianten. So, und diese Variante gibt es dann natürlich auch noch rasiert mit Zopf. Das natürlich auch gerne mit offen haben. Ihr müsst mir nur sagen, wie ihr es dann gerne hättet. Weil mit dem Bart muss ich natürlich ein paar Tage vorher stehen lassen. So. Ich denke, die Mimik ist so, was ihr ungefähr wolltet. Dieses Und dann das Lachen. Ich vermute mal, das ist das, was ihr ungefähr wolltet. Dieses Erstaunte. Oder klar, Lachen. Wer kann nicht lachen? Lachen können wir wahrscheinlich alle. So, wenn es passen sollte, würde ich mich freuen, von euch zu hören. Ich hoffe, es reicht euch von dem, was ich zeigen sollte. Ja, das war es erstmal. Sven Zinserling aus Hanau. Ciao. Ciao.